Hallo, ich freue mich so total, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Food Diary. Ja, ich habe hier schon mal vorbereitet. Es gibt so eine vegetarische Hackpfanne, Auflauf, keine Ahnung was. Diese Zutaten, die ihr hier alle seht, werden insgesamt 1000 Kalorien haben und dann gibt es heute Abend noch einen Salat. Frühstück habe ich heute mal ausgelassen, weil kein Hunger. Und ich muss sagen, ich wiege jetzt 84 Kilo. Es sind noch sechs Schwangerschaftskilos und das mit dem Kalorienzählen funktioniert richtig, richtig gut. Es ist aufwendiger, aber es ist auch ehrlicher. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich fünf Tage Kalorien gezählt habe und zwei Tage normal gegessen habe, weil ja auch Muttertag dazwischen war und so weiter und so fort, habe ich auch gesündigt und war bestimmt über meinen Bedarf. Aber ich habe jetzt nicht direkt einen Cheat Day gemacht, sondern einfach nur nicht gezählt. So, ich habe hier Spitzkohl, dann habe ich eine Aubergine, Möhren, Zwiebel und Knoblauch, Tomatenmark und nicht wundern, der kleine Haifischappen ist auch meiner Brust, Quorn. Und genau, also ich werde jetzt erstmal Quorn mit dem ganzen Gemüse anbraten. Dann werde ich Tomatenmark dazugeben, ganz viele Gewürze und Creme Vega werde ich dazu geben. Und dann kommt das Ganze in eine kleine Auflaufform und dann kommt noch ein bisschen Reibekäse obendrauf und dann schmeckt mir das ganz gut. Ja, ich schalte euch gleich nochmal ein. Ja, ich schalte euch gleich mal ein. Ja, ich schalte euch gleich mal ein. Ja, ich schalte euch nachAY. Ja, ich schalte euch gleich mal eine. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nachmittag kann ich noch eine Stunde verdauen, bis es dann zum Sport geht, zum Zumbag geht es heute. Und stört euch nicht, das ist die Kappie-Maschine. Genau, also das sind wirklich so zwei schöne Teller voll. Also es ist keine ganz große Auflappform, wie man so kennt von Lasagne, sondern so eine mittlere. Und jetzt hat mich noch erreicht die Bio-Kiste. Und da gucke ich jetzt mal rein, was da alles so drin ist. Petersilie und Schnittlauch. Dann ist drin Salat. Also wird es heute Abend noch mal einen Salat geben. Ich hoffe wirklich, dass ich mit dem Schneiden hinterherkomme. Ich habe mich auch noch nicht daran gewöhnt, dass die Bio-Kiste jetzt immer dienstags kommt. Seit dem Umzug und nicht Mittwoch, weil andere Adresse. Ja, Radieschen, Paprika, noch mehr Paprika, Mangold. Wow, das ist mal eine ordentliche. Stangensellerie. Schreibt mir mal bitte, was ihr mit Stangensellerie macht, vor allem, wenn man die nicht mag. Möhren. Paprika ist echt viel drin. Und Kohlrabi. Dann haben wir in der Rohkost-Kiste auch noch mal Zwiebeln, eine Mango, Kohlrabi, eine Zitrone. Zitrone ist immer gut. Dann noch Salat, ein paar Möhrchen und eine Gurke. Genau. Ja, das gibt wieder eine Menge Rohkost und ich freue mich schon auf den Salat. Ich bin sehr zufrieden. Ich weiß nur nicht, was ich mit dem Stangensellerie machen soll, weil ich habe ja prinzipiell überhaupt nichts abbestellt, was da drin ist, weil ich mir immer denke, viel verschiedenes Gemüse ist gleich viel verschiedene Vitamine. Okay, bis später. So, mein Abendessen ist immer noch ein kleiner Rest vom Mittagessen. Dann ein riesengroßer Berg Salat. Und das ist Körniger Frischkäse, ein Becher. Und dann komme ich heute auf ca. 1200 Kalorien. Zeigt mir doch, dass euch das Video gefallen hat, indem ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020